Ich möchte nur mal kurz eine kleine Info zu meinem Kanal geben und zwar kam ja jetzt für, ich glaube, zwei Wochen oder so kein Video mehr hat man vielleicht gemerkt, wahrscheinlich nicht aber war tatsächlich so ich weiß, überrascht jetzt die meisten, aber hey und das liegt einfach daran, dass ich gemerkt habe, dass ich mir sehr viel zu viel, 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 viel mehr ziel äh, viel zu dass ich mir viel zu viel Druck mache durch, äh, einen sogenannten Uploadplan, der in meiner Kanalinfo steht den sich wahrscheinlich noch nie jemand angeschaut hat aber der existiert und ich hab mir halt immer gesagt, ja der da steht im Uploadplan, jetzt muss ich schnell ein Video und kotzen und das will ich nicht mehr ich will jetzt aufnehmen, wenn ich mir sag, hey ich will aufnehmen dann will ich aufnehmen und so wird das wohl auch in Zukunft gehandhabt werden nicht, 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 irgendein Uploadplan, ich glaube, ich lösch den gleich das war eine gute Idee ja außerdem habe ich auch Bock bekommen, vielleicht mal irgendwas anderes, Special League-eres zu machen, außer die super unterhaltsamsten Let's Plays dieser Szene und das heißt dann sowas wie, keine Ahnung, man hat vielleicht dieses, dieses Donkey Kong Country, Water, Medley, Thing, Levels, Team Shit gehört gesehen, gehört beides, keine Ahnung, wird jetzt wahrscheinlich im Hintergrund spielen das habe ich selbst gemacht und sowas zum Beispiel die Frage ist jetzt, ihr könnt mir, wenn ihr es nicht hier haben wollt, in die Kommentare schreiben dann werde ich vielleicht einen neuen Kanal aufmachen wo ich dann anderes Zeug mache außer hochqualitative 480p Let's Plays yeah da gibt mir am besten noch einen nee, 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 Kanalnamen kann ich mir selbst einen ausdenken oder lasse ich einfach das mit dem LP, das ist wichtig, weg yeah, ich bin so ein Genius ok, danke fürs Zuschauen, tschüss